Guten Tag, mein Name ist Ulrike Wolf-Jörndorfsohn. Ich bin Erziehungswissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt international vergleichende Erziehungswissenschaften und ich habe seit vielen Jahren einen Lehrauftrag hier an der Pädagogischen Hochschule. Ich werde im Wintersemester zwei Seminare anbieten im Bereich des Jean Monnet-Lehrstuhls. Das zweite Seminar trägt den Titel Inclusive Education Lab und ist stark praxisorientiert. Es ist ein interaktives Seminar, das zu ihrer pädagogischen Professionalisierung im Bereich inklusive und demokratische Schulentwicklung beitragen soll. In diesem Seminar lernen Sie innovative europäische Schulentwicklungskonzepte kennen, internationale Beispiele von Best Practice und viele internationale Materialien, die Sie später im Unterricht gebrauchen können. Dabei werden jeweils die Transfermöglichkeiten kritisch reflektiert und die Bedingungen für einen Einbau solcher Materialien in Ihre eigene Praxis aufgezeigt. Beide Seminare finden auf Englisch statt, aber ohne den Anspruch auf Perfektion. Es geht vielmehr darum, dass Sie selbst lernen sollen, in einer anderen Sprache zu studieren, aber dass Sie sich auch identifizieren können mit Schülern und Schülerinnen, die gezwungen sind, in eine Zweitsprache, die Sie nicht besonders gut beherrschen, ihre Schulkarriere hinter sich zu bringen. Der Leistungsnachweis kann als Präsentation oder Hausarbeit erfolgen und wahlweise auf Englisch oder Deutsch. Für beide Seminare gilt, es ist wichtig, sich aktiv zu beteiligen. Diskussionsfreude und Kooperationsbereitschaft sind Voraussetzungen und auch das Interesse an innovativen Konzepten und neuen pädagogischen Strategien zur Bekämpfung von Diskriminierung, Ausgrenzung und Marginalisierung. Für Rückfragen stehe ich gerne bereit. Bitte nehmen Sie nicht meine PH-E-Mail, sondern meine Privat-E-Mail jontoff.t-online.de und ich hoffe sehr, dass wir ein gutes gemeinsames Seminar haben werden. Begrüßung